Frage, wie komme ich da hin? Indem ich da hochklettere wahrscheinlich? Wurfen wir irgendwas hier? Nö, nur Schweine. Die wir hier nicht mehr brauchen, glaube ich. Und wieder klettert sie hier nicht hoch, ne? Ah, 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 ah. Okay. Ach, ein Fraschment. Uh, Himmelskletterareal. Okay, damit fangen wir das. Da war die andere, dann müssen wir jetzt... Da rüber. Irgendwie, ähm, man. Ich will nicht bei die Himmelsgleiters lang. Ich versperre mir den Weg, ne? Wie ich da so richtig sehe. Ja, genau da muss ich natürlich lang. Scheißen, Dreck. Nee, das sind Sonnen... Irgendwas. Irgendwas mit Sonne. Glaube ich. Aber ich dachte, die haben hier Solar. Wieso brauchen die das auf? Wann ist mit die Viechers? Ich glaube, der da backt auch, oder? Naja, schock dich mal. Das ist so shocking. Oh man, das ist so shocking. Was ist denn da hinten? Da leuchtet es. Ein Rebeller. Okay. Himmelsgleiter, Sonnenflügel. Na, das wird ja lustig. War ich hier nicht schon mal? Hier war ich auf jeden Fall. Ja, hier oben waren wir auch schon. Hier haben wir uns wenig hochge... Hier war doch oben auch Gründlands scheiß Dreck, ne? Ja, ich komme nicht wirklich nah ran. Ah, schön, dass man Las Vegas von hier aussehen kann. Die haben gerade schon schuld. Und der Lebensleiste ein bisschen am Mappen. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas von denen brauche. Ich glaube, den Kamm, ne? Ne. Den Schildwerfer. Ja, mach dich mal... Gott, sehr fix. Da setzt die mal hin. Die haben, glaube ich, einen Scanner, ne? Das heißt, ich bin eh gleich heftig im Arsch. Ähm... Okay, Wasser. Und Blitz. Ja, super. Ja, mein, dies wird nach Schwyzblitz. Der baut jetzt ein Schild auf. Ja, und dann kommen wir da nicht ran, ne? Ja, mein, ich nie mach dich, komm. Gebt's schon auf. Können wir die Brücken? Nö. Können wir die Brücken? Auch nicht. Mit dem jetzt ein Reinballer, dann sieht der mich sofort, ne? Das ist ein Problem. Sieht ja ein bisschen igelig aus, wie der sich gerade anschleichert. Oh. Äh. Ja, hab ich mal einen großen Busch ausgesucht. Juhu. Hi. Hier, gull ich ihn. Erledigt. Hey, kommen wir alle hier? Oh man, this is so shocking. Schau mal auf damit. Schau mal auf damit. Schau mal auf damit. Schau mal auf damit. Schau mal weg von den... Schau mal weg. 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 So, das war den. Schau mal weg. 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 Ich hoffe noch mache ich allen eine Leere. Das hoffe ich wirklich. Ich muss schnell alles aufsammeln. Schau mal weg. Schau mal. Schau Apple. Schau mal weg. Schau,機 importa. Schau mal weg. Schau mal weg. durch das war alles so ich hoffe ich werden aus wir alles einsammeln anheilung wo gibt steine haben wir erst 45 was mache hier ach so rollrücken sehen das sieht nicht aus wie ein rollrücken den kanistergräber sollte ich jetzt überbrücken können die ich kann er gesagt hat ich muss ihn erledigen am besten irgendwo von oben ist ja ein großer da liegt wir im toter soll gebrühten oder lebt er noch nie der lebt nicht mehr fertig wir sind alle nasenbär weiß halt nicht was so ein rollrücken für mich über den hammerschweif ah den brauche ich das ist ja ein hammer schweif reich nicht wird sich gerade so an ob der hinter mir war so da wird das nummer 1 schon mal weg damit hat es den auch schon mal zur hälfte zerlegt da mache ich mir mal neun von ist er weiß nicht dass ich hier bin ist noch irgendwo einer aufgetaucht ne ne weil der gerade seine kumpels gerufen hat ok dahinten ist der auch abreißpfeile nützt nix hat der sich gerade gebufft war der sauer muss leider erstmal die anderen alle erledigen wo kann das her sie wissen dass irgendwas nicht stimmt ist das audio vertauscht gerade auf dem linken Ohr hat gehört was gar nicht sein kann oh das war ein volltreffer so dann müsst ihr auch mit durch was war der sauer kann das alles man sollte bei dieser maschine helfen mhm sehr schwach gehen Ohr ich sehe es gerade oh oh nicht gut Sag mal, willst du mich verarschen? Dreh dich um. Ich weiß nicht, wie lange ich so halten kann. Irgendwer ist noch aufmerksam. Ich sehe keine weitere Maschine. Oh, warte mal, Säurebrüllrücken, ne? Ich habe aber... Kein Rost. Zumindest gerade nicht ausgerüstet. Wo muss der Beppo jetzt? Ich nehme einen vor den Schwanzballon. Du bist also ein Rollrücken, ja? Dann wollte ich mir da mal über den Rücken rausen. Dreh dich um. Du kriegst eine vor ein Schwanzchen ballert. Vor ein Schweif. Dankeschön. Habe ich eine Rostfalle auch nicht, ne? Doch habe ich. Mit einem Fall nach oben. Habe ich noch eine bessere. Jetzt heißt das wieder Säure. Das hieß doch mal Rost, oder nicht? Warte, bin ich jetzt bescheuert? Ähm... Vorteils... Spule? Säure. Jetzt ist es wieder Säure. Hä? Das wurde doch gepatcht. Verschwindet schon. Oder nicht? Da ist halt nicht... Ich glaube nicht, dass ich schnell genug bin, um die Falle auszulegen. Dann müsste ich schon auf die andere Seite. Erstmal. Ja. Noch mehr los riech mal rum. Der ist ja so schnell. Ich muss da unten hin, ne? Ja. Und da muss ich weit weg. Aber ganz weit weg. Aber ganz weit weg. Ich versuche das gleich mal. Einen Scheiterhaufen. Oh, für den Jägerbogen brauche ich hier sogar. Euer Meer. Und da oben ist auch noch irgendwas. Warte mal. Guck grad da hin. Äh... Hier. Ach, hier war... Ne, hier war ich noch nicht. Doch, Rebellenlager. Musste ich doch. Nein, nein. Du hast nichts gesehen. Keine Sorge. Einfach weitermachen. Nicht hier kommen. Nicht hier kommen. Einfach weitergehen. Ja, ich hab grad grad keine Munition. Ladungshalter. Viel weitergehen. Okay. Diese ist in Schwachstelle. Okay. Wow. Da hab ich festgeleimt. Ähm, dann gehen. Geschafft. Ich sollte mir diese Sehne holen. Das war ne Explosion. Alter Schwede. Kühlblock. Hat den auch gleich geleimt. So. Ich sollte zurück zu Color. Die Teile abliefern. Ja, warte, warte, warte. So, bestimmt noch ein paar Schwier-Sachen. Das hier zum Beispiel. Von nem Oren Kanister. Hier, das brauche ich auch. Da hab ich auch ne Kiste. Da, ja. Ich bin gut genommen. Hä? Nimm noch mit. Halter Bogen. Jo. Neue Feile machen. Feile. Feile machen Leute. Oder so. Und Stöckchen mitnehmen. So, dann können wir nämlich die Arena öffnen. Und als Belohnung kriegen wir gleich auf die Fresse. So, da ist noch eine. Ich muss Leben mitnehmen. Ganz wichtig. Okay, ist an den Vorrat geschickt. Gut. Und irgendwas hat mich entdeckt. Äh. Weil wir können auch gleich Blut für Blut noch machen, ne? Suche Decker auf dem Hügelkamm auf. Warte mal, die will... Die wollte doch in... Ah, in das hier. Okay. Ich weiß nicht, was mich entdeckt hat. Ist mir gerade mal so ein bisschen egal. Ich trete mal den Rückweg an. Und dann machen wir gleich Blut für Blut. Weil das ist grad... Ist doch gleich hier um die Ecke. Können wir gleich mitmachen. Tut ja keinem weh. Sie suchen nach mir. Ach du Scheiße. Die Gummieute. Oh, hier wird's ein bisschen... Dschungelig, tropisch. Gibt's hier nicht Präriehunde oder sowas. Ich kann mich irgendwo verstecken. Fah für ein Freund. Ich werde mich gerade verfolgert. Glaube ich. Gibt's nicht mehr. Okay, ähm, warte mal, Tiere die wir nicht so oft sehen, die Geier, da Präriehund, die brauchen wir. Ja, schon mal direkt einen erwischt, das ist nur der andere. Will ich mich verarschen? Jetzt habe ich ihn erwischt. Wow, der ist aber weit weg entkommen, wo soll er hin? Ähm. So viel Schweiß und immer noch keine Abkühlung. Wo ist mein Präriehund? Jetzt erzähl ich mich nicht, ich habe ihn genau in dem Moment erwischt und getötet und er ist direkt nach, nach, dies, oder was? Ja, das ist doch nicht mehr normal. Voll die Seuche. Ich weiß gar nicht, brauche ich Hasen? Ist hier kaum Hasen erschossen, hm? Oh ja, tatsächlich. Kaninchenhaut und Präriehundknochen brauche ich. Sind sie auf dem Präriehund? Kann ich auch noch haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich habe die Kaninchen bisher immer gekonnt. Kann ich mal Eureka sein. Geiger. Was bist du? Eine Taube, oder was? Ja. Eine Taube. Es wird stürmisch. Mit auf den Augen verlieren. Sehr gut. Damit können wir mehr Tränke mitnehmen. Was ja komplett unnötig ist. Nicht durch, hier ist ein gutes Jagdgebied. Bis jetzt zumindest, bis wir das gleich komplett ausgerollt haben. Aber war ja klar, jetzt wird es natürlich windig. Ein stürmisch. Da oben ist die alte. Ein erwischt. Ich nehme alles, weil man hat keine Miete zahlt. Da ist ein Geier. Und ein Häschen. Ein kleines Häschen brauche ich. Das ist kein Häschen. Du bist ein Schwein. Gehen wir hier wieder hoch. Oh, das war ein Dornrücken. Da unten ist ein Präriktöle und da so ein Häschen. Mist. Daneben. Jetzt erwischt. Sehr gut. Damit haben wir das auch. Aber ich glaube wir brauchen noch etwas mehr. Guck mal noch tauchen. Ja. 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 Da noch ein Prärihund. Also hier ist ein gutes Gebiet dafür, ne? Muss ich ja mal so sorgen. Und wir gehen gleich da unten rein. Pirscher. Oh Gott. Da will ich nicht hin, war. Hier sind halt, hier ist irgendeine Windräder oder sowas. Ja. Und das sind Windräder. Warte, da will ich nicht hin. Ich mag keine Pirscher. Ich hasse Pirscher wie die Pest. Kannst du hier nicht ausdenken, ne? Ohne Witz. Ich hasse Pirscher. Naja. Bei dem wird da jetzt... Wo war die denn jetzt da? Bei dem wird da so ein wieder jetzt rein, oder was? Weiß ich nicht, ob das noch eine gute Idee ist. Aber von mir aus... Oh. Ein Bogenproblem hast du. Aloy, der Außenposten ist gleich dort. Bist du bereit? Die Rebellen geben sicherlich nicht kampflos auf. Dann sollen sie einen Kampf haben. Das Blutvergießen endet erst, wenn Regala besiegt ist. Was zählt, ist die Gefangenen in Akala. Vielleicht weiß sie, wohin Kavos Trupp wollte. Okay. Gehen wir rein. Mhm. Erledige die Rebellen. Die haben bestimmt wieder irgendeine fette Maschine hier, ne? Okay, erstmal schnell in Deckung. Ja, natürlich. Auf den verdammten Dornrücken. Das ist der Reiter. Äh, was haben wir denn hier alles? Ein großzügiges Vorurteil. Alter, was ist denn hier los? Die ist alles voll mit Kisten. Nein, theoretisch müssten wir da drüben reinkommen. Nein, theoretisch müssten wir da drüben reinkommen. Das ist der Rei. Wir haben noch nicht, was der Lieblings mit Kisten,